Herzlich Willkommen in diesem Video. Es gibt ja haufenweise angebliche Argumente gegen den Veganismus, die schon hinlänglich widerlegt wurden von mir, von anderen Aktivistinnen auf Social Media, im Real Life, wo auch immer. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, es schwankt auch immer so ein bisschen. Manchmal ist es dann mehr der Löwe isst auch Fleisch, manchmal ist es Pflanzen haben auch Gefühle. Aber in letzter Zeit, wo manchen Leuten vor allem auf Social Media so die Argumente ausgehen, kommen dann folgende drei Punkte zum Tragen. Kritikpunkt Nummer eins dann, hauptsächlich an den AktivistInnen, ist dann, man würde das nur für die Aufmerksamkeit machen. Zweitens, auf eine andere Weise würde man viel, viel mehr Menschen erreichen, als wenn es den Leuten darum ginge, dass wir mehr Menschen erreichen würden. Und bestimmte AktivistInnen sorgen für noch mehr Tierleid, was natürlich auch vollkommener Nonsens ist. Grund für diese angeblichen Argumente ist natürlich nur vom Thema abzulenken. Nämlich sobald man keine Argumente mehr hat gegen den Veganismus, fängt man einfach an, die Leute, die darüber sprechen, zu kritisieren oder sich darüber Gedanken zu machen. Ah, du würdest anders viel mehr Menschen erreichen, was überhaupt nicht Teil der Debatte ist. Aber kommen wir mal zum ersten Punkt, den ich angesprochen habe. Der Kritik, dass AktivistInnen das Ganze nur machen für Geld, für Fame, für Klicks, für Reichweite, für was auch immer. Man könnte diese ganze Kritik schon abschmettern, indem man sagt, ja und? Was ist denn schlimm daran, über Tierrechte zu sprechen, mit der Intention, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Was wäre denn schlimm daran, über Menschenrechte zu sprechen, nur weil man Aufmerksamkeit haben will? Keiner erfährt auch Schaden davon. Also erstens, warum ist das überhaupt ein Problem, selbst wenn es manche nur für Aufmerksamkeit machen würden? Das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Ich kenne niemanden persönlich im Aktivismus, der, und ich habe schon eine Menge Leute kennengelernt in den letzten fast fünf Jahren, der das für Aufmerksamkeit macht. Ich kenne Leute, die haben ihren Job gekündigt, darunter zähle ich, dazu zählt auch meine Freundin, dazu zählt die Raffaela, unsere Demilitante Veganerin, zumindest zeitweise. Und viele weitere mehr, die ihre Existenz dafür nicht weggeschmissen haben, aber deutlichen finanziellen Schaden auch davon erlitten haben und mentalen Schaden erlitten haben, um eben für die Tiere zu sprechen. Und dann als Vorwurf zu bekommen, man würde das für Geld machen oder für Fame? Glaub mir, ich wünschte, ich müsste keinen Aktivismus machen. Und die meisten AktivistInnen, die ich kenne, die würden wahrscheinlich dem zustimmen, wir hoffen einfach, dass wir diesen Aktivismus nicht für immer machen müssen, weil es alles andere ist als irgendwie lustig oder entspannend oder sonst irgendwas. Ich meine, es macht keinen Spaß, jeden Tag über Schlachthäuser zu sprechen und Schweine in Gaskammern zu sprechen. Es macht auch keinen Spaß, Morddrohungen online zu bekommen. Es macht auch keinen Spaß, auf der Straße angepöbelt zu werden, wenn das mal vorkommt. Und ich rate euch auch sehr aufzuhören, Annahmen zu machen. Selbst wenn ihr jetzt Annahmen trefft, Aktivist XY macht das nur für Aufmerksamkeit. Erstens steckt ihr nicht in seiner, in diesem Beispiel, Haut drin. Das heißt, ihr wisst überhaupt nicht, warum er das macht oder warum sie das macht, wie auch immer. Das ist nur eure Annahme, die total haltlos ist in den meisten Fällen. Leute sagen über mich die verrücktesten Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Und das kommt von Leuten, die mich gar nicht kennen, die mich vielleicht einmal bei einem Cube gesehen haben, einmal online gesehen haben. Und haben die wildesten Vorstellungen von mir, meinem Leben und allem, was dazugehört. Also hört auf jeden Fall auf, Annahmen zu machen. Nur weil ihr denkt, dass irgendein Aktivist das nur aus Aufmerksamkeitsgründen macht, heißt das erstens noch lange nicht, dass das auch stimmt. Zweitens, selbst wenn es stimmt, ist es vollkommen egal. Und kurz gesagt, wird es in den allermeisten Fällen nicht stimmen. Weil Hass, Gewalt, finanzielle, mentale Schäden machen keinen Spaß. Und über Schlachthäuser zu sprechen, macht generell auch keinen Spaß. Kommen wir also zum nächsten Punkt, der angeblichen Kritik, dass bestimmte AktivistInnen für mehr Tierleid sorgen. Das habe ich letztens in einem Video, was ich mir nicht ganz angeguckt habe, weil ich, ja, irgendwann kann ich mir die Videos auch nicht mehr angucken, von Simon Teichmann, der die Raffaela, sprich die militante Veganerin, kritisiert hat. Im Titel stand irgendwas wie Heuchlerin und ich habe wirklich das Video nicht gesehen, versprochen. Ich wollte erst ein Reaktionsvideo machen, aber dann war es mir doch zu doof, das Ganze anzugucken. Ich habe eine Minute zwischendurch die Untertitel angeguckt, weil ich seine Stimme nicht ertragen wollte. Und habe dann nur die Untertitel quasi gelesen, wo irgendwas drin steht, ja, sie werden Heuchlerin, weil ihre Taten sorgen dafür, dass manche Menschen mehr Fleisch essen oder dass Menschen generell abgeneigt sind. und dass ihr Ziel, dass Menschen vegan werden, nicht erreicht wird, sondern im Gegenteil das passiert und mehr Tiere dadurch leiden. Deshalb sei sie eine Heuchlerin. Das war so ungefähr das, was ich aus der Minute mitgenommen habe. Das ist natürlich eine Behauptung, die komplett ohne Evidenz aufgestellt wird. Also nur weil jemand sagt, durch deinen Aktivismus werden mehr Tiere geschlachtet, weil die Leute sich angegriffen fühlen und dann noch mehr Fleisch essen. Nur weil das jemand behauptet, heißt das noch lange nicht, dass es stimmt. Es wäre ja eine Sache zu behaupten, die übrigens auch keine Evidenz hat, zu sagen, Deine Aktivismusform, die bringt nichts, die ist neutral. Aber die Leute gehen ja noch weiter. Die gehen ja so weit und sagen, dein Aktivismus sorgt für mehr Tierleid. Das heißt, es werden mehr Tiere geschlachtet als vor deinem Aktivismus. Das heißt, deine Taten, dein Aktivismus sorgt dafür, dass mehr Tiere leiden. Und das ist natürlich eine Behauptung, die komplett in den Haaren herbeigezogen ist. Ich habe zumindest noch niemanden getroffen, der mir dafür eine Evidenz, irgendeine Datenlage, Daten, Satz, irgendwas liefern konnte. Das heißt, diese Aussage könnt ihr getrost vergessen. Und auch hier wieder, wie beim ersten Punkt, selbst wenn, selbst wenn diese Aktivismusform nichts bringen würde, würde das ja nichts an den vorgebrachten Argumenten ändern. Wenn ich auf die Straße gehe und spreche zum Beispiel über Menschenrechte, ich vergleiche das immer mit Menschenrechten, weil Leute es ein bisschen besser verstehen können. Wenn ich also auf die Straße gehe und spreche über Menschenrechte in einer vollkommen absurden Form und mein Aktivismus würde dazu beitragen, dass mehr Menschenrechte verletzt werden würden, wie auch immer das möglich sein soll, dann würde das ja überhaupt nichts an meiner Argumentation ändern, dass Menschenrechte eine wichtige Sache sind. Wenn ich rausgehe und sage, Menschen sollte man nicht erschießen und ich erschieße selber Leute, da bin ich zwar ein massiver Heuchler. Und wenn ich mich für Menschenrechte einsetze und durch meinen Einsatz für Menschenrechte mehr Menschenrechte verletzt werden, dann macht mich das zu einem massiven Heuchler. Das könnte ich so stehen lassen. Aber das ändert ja nichts an meinem Argument. Wenn ich also rausgehe und sage, es ist falsch, Schweine in Gaskammern zu stecken für ein Schinkenbrot, selbst wenn durch meine Aussage mehr Schweine in die Gaskammer steckt werden, weil Menschen dadurch mehr Fleisch essen, was nicht belegt werden kann, dann ändert das ja überhaupt nichts an meiner Aussage. Gar nichts. Und den Punkt will ich eben rüberbringen, dass sobald Menschen keine Einwände mehr gegen den Veganismus haben, aber sich dennoch irgendwie äußern wollen oder sich irgendwie den Kopf aus der Schlinge ziehen wollen, fangen sie eben an rumzurudern und den Überbringer der Nachricht, sprich die AktivistInnen, in dem Fall dann anzugreifend verbal natürlich oder sich irgendwelche Argumente auszudenken, warum dieser Aktivismus jetzt nicht klappt oder warum das in mehr Tierleid resultiert. Vollkommener Nonsens. Und dann noch der letzte Punkt, die Kritik dann, ja, anders würdet ihr viel, viel mehr Menschen erreichen. Wenn ihr nicht so radikal wärt, wenn ihr nicht so brutal wärt, wenn ihr nicht so aufdringlich wärt, dann würden viel, viel mehr Menschen vegan werden. Auch das ist so ein blödes Argument. Erstmal, die Leute, die dieses Argument bringen, sind weder aktiv für die Tiere, noch sind sie vegan. Das heißt, überlegt euch das mal, Leute bezahlen dafür, dass Tiere ins Schlachthaus gesteckt werden und gehen dann zu AktivistInnen hin und schlagen denen vor, wie sie denn handeln sollen, damit weniger Tiere leiden, als wenn diesen Leuten das irgendwas bedeutet. Es bedeutet ihnen ja offensichtlich nichts, dass Tiere leiden, weil sonst wären sie ja vegan. Und das sind eben so, ja, guck, ich bin dein Freund, ich bin auch auf deiner Seite, ich finde auch, Tiere sollten mehr Rechte haben, aber du musst das anders machen. So als wenn es dich interessiert, Junge oder Mädel. Wenn es dich interessieren würde, dann würdest du ja vegan leben. Das heißt, wenn so eine Kritik oder ein Vorschlag kommt, wie man anders aktiv sein kann, wenn das von Leuten kommt, die selber vegan leben und aktiv sind, dann kann man das ernst nehmen. Aber wenn es von Leuten kommt, die noch für die Tierausbeutung bezahlen, dann kann ich sowas einfach nicht ernst nehmen. Und das müsst ihr, wenn ihr jetzt Aktivist oder AktivistInnen seid, da müsst ihr das auch nicht ernst nehmen. Nehmt euch keinen Rat an von Leuten, die sich noch an der Ausbeutung von Tieren beteiligen, in Bezug auf Veganismus oder Tierrechtsaktivismus. Was ich solchen Leuten auch gerne entgegensetze oder diesem Argument an, das würdet ihr mehr Menschen erreichen, ist folgendes. Mit diesem Satz, auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel, wenn ihr mehr Rezepte teilen würdet, mehr so, mehr so, mehr so machen würdet, würdet ihr mehr Menschen erreichen. Okay, gut, prüfen wir das mal. Das heißt, du gibst mir diesen Vorschlag, das bedeutet ja, dass du schon diese anderen Ansätze, Methoden gesehen hast. Die hast du dir wahrscheinlich nicht selber ausgedacht. Das heißt, du hast vielleicht mal ein Kochvideo gesehen von einem veganen Rezept und schlägst es mir vor. Wenn du mehr Kochvideos machen würdest, dann würdest du viel, viel mehr Menschen zum Veganismus bringen. Okay, das heißt, du kennst diese anderen Methoden, die anders sind als meine, und du bist trotzdem nicht vegan. Also haben sie ja offensichtlich nichts gebracht. Das heißt, Leute schlagen vor, man soll anders aktiv sein auf eine andere Methode, die sie irgendwo anders gesehen haben. Aber obwohl sie das gesehen haben, obwohl sie sich bewusst sind, dass es diese anderen Aktivismusformen gibt, sind sie ja auch nicht vegan geworden. Also wie können sie denn sagen, dass ich mehr Menschen erreichen würde mit einer Methode, die sie schon selber gesehen haben, die auch nicht dafür gesorgt hat, dass sie vegan wurden. Und ganz konkret an meinem Beispiel, was glaubt ihr, wie viele Stunden ich, wahrscheinlich schon Tage, wenn man zusammenrechnet, ich verbracht habe, Wochen und Monate, über die Vorteile von einer rein pflanzlichen oder überwiegend pflanzlichen Ernährung zu sprechen, in Bezug auf die menschliche Gesundheit und in Bezug auf die Gesundheit, nennen wir es mal, von Planet Erde. Stunden und Stunden damit verbracht. Ich habe einen Channel gehabt auf TikTok, wo ich Kochvideos gemacht habe mit meiner Freundin zusammen. Wahrscheinlich hunderte Videos. Mehr als ein Jahr lang haben wir dort hochgeladen. Fast täglich, also nahezu regelmäßig, nahezu täglich. Meint ihr, wir haben auch nur eine einzige Nachricht bekommen von auch nur einer einzigen Person, die durch diese Videos vegan geworden ist? Zero. Nichts. Keine einzige Rückmeldung. Für mich persönlich. Erst als ich angefangen habe, auf TikTok jetzt, um auf dieser Plattform zu bleiben, über Rechte zu sprechen und nicht über Rezepte zu sprechen, komischerweise dann hat es angefangen, dass ich Nachrichten bekam. Ey, ich bin durch dich vegan geworden. Ich bin durch dich und durch bla vegan geworden. Danke für deine Videos. Bla, bla, bla. Die habe ich vorher nicht bekommen. Das heißt, wenn mir jemand klar sagt, du solltest mehr so und so und so Aktivismus machen, dann könnte ich sicher sein, ich habe schon so und so und so Sachen ausprobiert und ich mache das, was am effektivsten ist. Ich mache nicht das, was mir am meisten Spaß macht, sondern ich mache das, wovon ich davon ausgehe, dass es den meisten Tieren hilft. Weil wie gesagt, Aktivismus mache ich nicht aus Spaß. Kein Aktivist, keine Aktivistin, die ich kenne, macht das aus Spaß und Freude. Das heißt nicht, dass man nicht Erfüllung an Aktivismus auch finden kann, aber glaub mir, wenn es nicht so notwendig und so dringend wäre, würden wir unsere Zeit mit anderen Sachen verbringen. Das heißt, all die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, diese Einwinde, die ich genannt habe, die haben nur ein Ziel, nämlich davon abzulenken, dass die Person, die das vorbringt, immer noch an der Ausblattung von fühlenden Lebewesen beteiligt ist. Und dann versucht man eben argumentativ irgendeinen anderen Weg zu gehen und plötzlich über die Aktivismusform an sich zu sprechen, wobei das gar nicht zur Debatte steht. Wenn ich mit dem Schild oder mit dem Fernseher draußen stehe und rede über Tierrechte, dann müsst ihr nicht anfangen, darüber zu diskutieren, welche Form des Aktivismus jetzt besser ist. Weil das ist nicht die Debatte. Wir debattieren nicht, welche Form des Aktivismus ist am besten. Wie erreichen wir die meisten Menschen? Jetzt gerade debattieren wir über Tierrechte. Sollten wir Tierrechte respektieren oder nicht? Das heißt, mit diesem Ausweichen auf diese anderen Themen wollen die Menschen einfach nur davon ablenken, dass sie sich selber eben noch an dieser krassen Ausbeutung beteiligen. Das ist dann eben die kognitive Dissonanz, die dann eben zuschlägt, wo man merkt, shit, eigentlich meine Werte, die ich habe, die stehen überhaupt nicht im Einklang mit den Taten, die ich habe. Und damit das ganze Weltbild wieder stimmt, versucht man sich da irgendwie rauszureden, das Ganze so zurechtzurücken, dass es im Kopf wieder Sinn macht, anstatt sich selbst an den, sorry für die Ausdrucksweise, an den Eiern zu packen und das Ganze mal zu ändern. Das ganze Handeln zu überdenken und zu sagen, so, das war's. Ich habe es eingesehen, Tierquälerei ist kacke, ich beteilige mich nicht mehr an Tierquälerei, ich höre auf, dafür zu bezahlen, dass fühlende Lebewesen in Gaskommel steckt werden, in die Kinder weggenommen werden, sie vergewaltigt werden, sie geschreddert werden, enthauptet werden, aufgeschlitzt werden, gehäutet werden, etc. Und wer jetzt denkt, Marc, die Worte, die du benutzt, die sind viel zu hart, nein, die sind noch nicht hart genug, aber es gibt kein Wort, keine Worte, die das Grauen auch nur ansatzweise adäquat beschreiben würden. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut euch gerne den Film Dominion an auf an3x.org oder googelt es einfach, guckt ihn bei euch bei YouTube an, wo auch immer. Und wer jetzt schreit, das ist in Australien gefilmt, ja, ist es, dann macht ihr folgendes, dann geht ihr bei Soko Tierschutz auf die Website oder bei PETA, wo auch immer. Guckt euch deutsche Aufnahmen an und vergleicht mal deutsche versus australische Aufnahmen in dem Beispiel und ihr werdet sehen, eins zu eins das Gleiche, ja, vielleicht werden in Deutschland mehr von den einen Tieren, in anderen Ländern mehr von anderen Tieren geschlachtet, aber die Systematik dahinter, das systematische Züchten, Ausbeuten, Schlachten, etc. von führenden Lebewesen, das passiert auf der ganzen Welt und zwar im gleichen industriellen Maßstab. Und damit das nicht länger passiert, kannst du jetzt folgendes tun, wenn nicht schon eingetreten ist, du kannst vegan leben, du kannst dich jetzt dazu entscheiden, vegan zu leben. Niemand kann dich dazu zwingen, tierische Produkte zu essen oder anzuziehen oder in den Zoo oder Zirkus zu gehen. Das heißt, hör am besten auf damit, lass die Tiere in Frieden, wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid, ich helfe dir gerne. Und jetzt bin ich raus, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.